Ja Leute, ihr seht es schon richtig, ich bin aktuell immer noch mit einer 500.000 Dollar Short Position im Markt und ich kann euch jetzt schon mal sagen, daran wird sich einiges im heutigen Video live ändern, denn ich habe tatsächlich vor, diesen Trade zu schließen. Was ich denn jetzt als nächstes genau vom Bitcoin Preis erwarte, was mein nächster Trade werden wird und wie ihr tatsächlich im Chart erkennen könnt, was als nächstes vom Bitcoin Preis zu erwarten ist, darum geht es jetzt hier in dem Video. Als allererstes mal danke für den ganzen Support unter meinem Comeback Video. Leute, seit diesem Comeback Video haben wir natürlich unseren Short Trade, den ich euch perfekt mal wieder in meinem letzten Video auch angekündigt hatte, natürlich mit über 25.000 Dollar Profit geschlossen. Seitdem haben wir tatsächlich natürlich alles immer live angekündigt, über 5 weitere Trades gemacht Leute in den letzten 7 Tagen, seit meinem letzten Upload und kein einziger dieser Trades war tatsächlich unprofitabel, wie ihr auch schon am Closed PNL sehen könnt. Alle Trades, die wir gemacht haben, seitdem ich wieder zurück bin, waren profitabel, genauso wie der Short Trade, den wir jetzt hier aktuell noch am Laufen haben. Aber jetzt, bevor wir diesen Short Trade zumachen und ich euch auch genau sage, was ich jetzt für den nächsten Trade plane, Leute, lasst uns einmal ganz kurz darüber reden, was denn jetzt in den letzten Tagen passiert ist seit meinem letzten Video und von was wir jetzt beim Bitcoin, sage ich jetzt mal, beachten müssen, um zu wissen, was denn jetzt als nächstes mit dem Preis passiert, wieder so ungefähr für die nächste Woche, für die nächsten Tage, was natürlich massiv die ganzen Trade-Entscheidungen beeinflussen wird, die wir vielleicht auch in diesem Zeitraum dazwischen treffen werden. Wie immer Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wie gesagt, vergesst nicht diesen Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren, so wie immer und schreibt mir natürlich auch gerne einen Kommentar, das würde mich freuen. Jetzt reden wir aber wie gesagt über den Chart. Und zwar muss man ganz klar sagen, Leute, wir haben nach der größeren Korrektur, die ich ja in meinem letzten Video vorher gesagt habe mit meinem schönen Short Trade auch, haben wir hier einen wunderschönen Falling Wedge geformt. Das ist natürlich ein ganz klares kleines Reversal-Anzeichen, sind da nach oben hin ausgebrochen. In diesem Moment haben wir auch tatsächlich angefangen, ein bisschen Profite von unserem Short Trade noch zu nehmen. Den haben wir dann komplett mit 25.000 Dollar Gewinn geschlossen. Jetzt haben wir tatsächlich, wie gesagt, die ganzen Trades kündige ich ja komplett kostenlos immer live vorher an. Dann haben wir ein paar Long-Positionen gemacht. Die wurden mehr oder weniger ab und zu mal mit ganz wenig paar hundert Dollar Gewinn nur ausgestoppt. Wir haben aber im Endeffekt einfach nur darauf gewartet, wann bietet sich die nächste Short Opportunity. Ich werde euch auch gleich erklären, warum wir das bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin auch gemacht haben. Und das war tatsächlich, so wie immer, Leute, eines der simpelsten Sachen, die man sich im Auge behalten kann. Das 0618er, was war das gerade für ein Zahlendreher? Das 0618er Fibonacci Retracement Level. Und ihr könnt sehen, auch hier sind wir wirklich mal wieder perfekt rejected worden. Jetzt wundert ihr euch, okay, wir sind doch hier perfekt rejected worden. Du bist Short. Warum wirst du diesen Short jetzt nicht noch weiter ausreizen? Glaubst du nicht, dass der Kurs jetzt kurzfristig definitiv erst nochmal weiter fallen wird? Und da kann ich euch ganz simpel sagen, Leute, ja, das kann natürlich passieren, aber ich gehe davon aktuell nicht so stark aus. Denn ich glaube tatsächlich, dass es eine etwas höhere Chance gibt, dass wir hier tatsächlich unsere USDT-Dominance auf dem Weekly-Timeframe bearish bis Ende dieser Woche schließen. Und das würde natürlich ein bullisches Anzeichen für den Kryptomarkt an sich bedeuten. Das heißt, worauf können wir hier jetzt eigentlich aktuell im Endeffekt achten? Ich schließe jetzt hier meinen Short. Ja, ich werde auch mehr jetzt tatsächlich im Markt nach kurzfristigen, was Swing-Long-Opportunities ausschaut. Denn bei Bitcoin haben wir auf den kleineren Timeframes, dass die 0.618 erreicht, wurden davon rejected. Wie sieht es aber denn auf der USDT-Dominance aus? Da müssen wir im Endeffekt das Spiel genau umgekehrt einmal machen. Und Leute, da können wir relativ schnell sehen, dass wir natürlich auf der USDT-Dominance, auch wenn wir jetzt mit Bitcoin gar nicht direkt auf ein neues All-Time-High gehen müssten, theoretisch haben wir bei der USDT-Dominance noch ein bisschen Luft nach unten, hier zum 0.618er, bevor wir theoretisch zwangsweise oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, vor allen Dingen, wenn wir hier die Weekly Rejection bei der USDT-Dominance reinbekommen, dann nochmal weiter mit Bitcoin korrigieren. Im Gegenzug ist jetzt tatsächlich mittlerweile über die Chartentwicklung der letzten Tage wieder ein bisschen Luft bei Bitcoin drin. Und deshalb kann ich euch jetzt schon mal mal sagen, werde ich diese Short-Position hier nach diesem Video schließen und die gesamten Profite nehmen. Ich werde euch das natürlich dann auch hier nochmal posten. Warum mache ich das jetzt nicht hier live im Video? Weil ich ja auch noch gleich eine englische Version dieses Videos aufnehmen werde und dementsprechend möchte ich den Trade dann natürlich auch noch haben, dass ich den Leuten auch sagen kann, schaut, ich bin jetzt gerade noch Short. Jetzt nach diesem Video oder in diesem Video dann werde ich diesen Trade zumachen, dass wir auch alle dieselben Informationen logischerweise und dasselbe Videos sehen. Ansonsten Leute, wie gesagt, falls ihr by the way hier diese ganzen Updates haben wollt, komplett kostenlos, einfach einen Account auf Levex machen, einfach hier bei Levex oben in die Suche reingehen, Kryptomo suchen, zack, dann dauert es einen Moment, dann findet ihr mich hier auch schon, Kryptomo, könnt ihr einfach draufklicken auf mein Profil und mir einfach komplett kostenlos folgen. Und ab da an könnt ihr meine Trades live mitverfolgen. Wie ihr seht, auf meinem Profil seht ihr immer meine Live-Trades, genau hier angezeigt mit meinem Stop-Loss-Take-Profit. Ihr seht, wenn ich Live-Änderungen an meinen Trades vornehme, plus, was ihr natürlich auch noch seht, sind die ganzen Posts hier. Und hier habe ich euch, wie gesagt, jeden einzelnen dieser über 5 Trades, die alle profitabel waren in den letzten 7 Tagen seit meinem Comeback-Video, habe ich euch immer genau in der Sekunde wirklich hier angekündigt, wenn ich hochskaliert habe, wenn ich sie eröffnet habe oder auch wenn ich sie geschlossen habe. Abgesehen davon, Leute, eine kleine Sache, die ich euch noch zeigen wollte. Und zwar, ja, ganz klare Geschichte, es sieht erstmal danach aus, als könnte Bitcoin über die nächsten Tage bis zum Ende dieser Woche noch ein bisschen Luft holen. Was will ich dafür sehen? Ein Breakout über das 0,382 beim Fibonacci wäre ganz, ganz schön, denn man hat ganz klar gesehen, hier hatten wir jetzt ein bisschen Preis. Naja, was soll man sagen? Es ist ein ganz schönes Hin- und Herge-Joppe sozusagen. Hier gab es wirklich nicht viel zu machen. Hier haben wir auch die ganze Zeit nur gewartet und auch keine neuen Trades aufgemacht. Aber was wir ganz klar sehen können, ist, dass wir mehr oder weniger hier diesen Widerstandsbereich über uns haben und wir genau hier auch in Kombination mit dem 0,382 Fibonacci ein bisschen Probleme haben, da gerade wieder rüber zu kommen. Und natürlich hier ein Head & Shoulders, ganz, ganz klare Geschichte, wäre natürlich ein bearishes Zeichen für uns. Das heißt, was wir sehen wollen über die nächsten 48 Stunden eigentlich, ist ganz klar, dass Bitcoin es wieder schafft, in die Richtung von den 63.000 Dollar zu kommen. Und dann bin ich ganz ehrlich, glaube ich, dass wir eben auch erst nochmal ein bisschen mehr Luft nach oben haben. Gegebenenfalls werde ich da dann tatsächlich noch eine weitere Sculpt-Position eröffnen. Aber im Endeffekt bedeutet das hier für mich aktuell, weil viele Leute ja vielleicht auch aus meinem letzten Video einfach noch short sind. Leute, ich bin jetzt nicht mehr short. Ganz klar, ich bin jetzt gerade nicht mehr short. Das ist das, was ich euch hier in dem Video mit auf den Weg geben will. Denn auch wenn man trotzdem bis Ende dieses Jahres nicht unbedingt erwarten muss, dass wir direkt ein neues Ultramar erleben werden, muss man natürlich trotzdem auf den kleineren Timeframes und auf Wochenbasis und vor allen Dingen auf Tagesbasis sich auch manchmal einfach sagen, okay, ich nehme jetzt die Profite erstmal mit. Denn es ist ganz, ganz klar nicht unwahrscheinlich, dass wir mit dem Preis jetzt erstmal ein bisschen weiter nach oben gehen können. Eine andere Sache, Leute. Lustigerweise, ich hatte euch auch im letzten Video gesagt, das ist hier bei dem Meme-Coin-Puffy. Und ich weiß, ich habe nie über Meme-Coins geredet, Leute. Aber ich habe mir gedacht, ihr wollt ja eigentlich im Endeffekt einfach das machen, was ich so im Kryptomarkt aktuell mache. Und auf Instagram hatte ich es schon gepostet. Da hätten sich wahrscheinlich viele Leute gewünscht, dass ich auch meinem Video gesagt hätte. Jetzt haben wir im letzten Video darüber geredet, dass ich euch ja bei 2,8 Millionen Market Cap hier den Call gegeben hatte. Leute, mittlerweile bei 16,81 Millionen Market Cap. Das heißt, von meinem ursprünglichen Call auf Instagram hier vor etwas über einem Monat, ich meine seitdem 500 Prozent. Das heißt mal abgesehen von Sculpt Trading und Swim Trading. Man muss natürlich sagen, es gibt auch immer solche Opportunities. Wenn ich mal wieder sowas habe, kann ich es euch natürlich gerne teilen. Hier jetzt an der Stelle, Leute, wird interessant, weil ich gehe davon aus, dass viele Leute, vor allen Dingen auch nach meinem letzten Video, ich hatte euch gesagt, wir haben hier diesen Falling Wedge, Leute. Wir haben hier diesen Falling Wedge. Habe ich euch in meinem letzten Video gesagt, dass es interessant aussieht. Wir sind daraus ausgebrochen. Und ich meine, man kann sehen, wir sind über 100 Prozent mal wieder hier seit dem Video. Wir sind zwar, glaube ich, kurzzeitig noch mal ein bisschen nach unten korrigiert erst. Das stimmt. Aber im Endeffekt sind wir dann trotzdem so seit dem Videopreis gute 130 Prozent jetzt wieder angestiegen, Leute. Und aktuell wird tatsächlich das alte All-Time-High hier von Puffy geretestet. Das heißt, ich bin mal gespannt, wo das Ding noch hinkommen kann. Ich meine, es wäre natürlich krass, wenn es irgendwie auf 280 Millionen Market Cap gehen würde, dann hätte ich einen 100x Call tatsächlich gegeben. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt realistisch behaltet im Hinterkopf, Leute. Ich muss ganz, ganz klar sagen, ich packe viel lieber Margin in Swing Trades. Das ist um einiges sicherer, als hier Geld in so ein Meme-Coin natürlich zu investieren oder investieren, zu gambeln, kann man ja fast schon sagen. Man muss aber ganz klar sagen, Leute, natürlich sind dann hier auch mal schnellere Prozente-Gains, wie einfach mal 5x in einem Monat möglich. Das hat man natürlich bei Bitcoin nicht mehr. Trotzdem, ich kenne das Team von Puffy. Ansonsten hätte ich euch natürlich niemals irgendwas davon gesagt. Viele in meiner Community haben es jetzt, glaube ich, schon gekauft. Aus dem Grund hier auch ein kleines Update dazu. Bald kommt da ja ein zentralisiertes Exchange-Listing. Aktuell kann man die ja nur dezentral über Radium und mit Phantom Wallet traden. Aber bald kommt auch das erste zentralisierte Exchange-Listing. Und diese Börse kennen wir tatsächlich alle, vor allen Dingen auch in meiner Community. Das heißt, da bin ich eben einfach mal ganz gespannt, ob es vielleicht da an der Stelle danach noch weiter ansteigen kann. Naja, gucken wir einfach mal. Jetzt würde ich aber sagen, Leute, bleibt auf jeden Fall gespannt. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren. Wie gesagt, denkt daran, mein Short-Trade geht nach diesem Video zu. Und ansonsten wisst ihr auch, was ich hier jetzt im Auge behalte. Für diese Woche ganz klar die USDT-Dominance. Wenn wir die Weekly Candle hier bearish closen und das würde bedeuten, wir schließen sie unter 5,64%. Ganz klares Anzeichen, dann nochmal vielleicht in den ein oder anderen Scalp Long an der Stelle reinzugehen. Bei Bitcoin gilt genau dasselbe. Wir wollen sehen, dass es Bitcoin schafft, hier über das FIP-Level, was ich euch eben gerade gezeigt hatte, nochmal drüber zu kommen, über das 0,382er und damit natürlich dann gegebenenfalls auch das 0,618er hinter sich zu lassen bei einem zweiten Versuch. Und dann können wir natürlich auf jeden Fall erst nochmal Luft bis zu, naja, so ungefähr 65.800, 66.000 Dollar wäre dann tatsächlich auch erstmal wieder Luft nach oben. Und das werde ich potenziell definitiv auch mit einem kleinen Scalp Long mitnehmen. Jetzt würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns. Haut rein, ciao, ciao.